Dirk und Klaus. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Was denn? Von? Warte, wir haben einen Gastkommentator aus den 50er Jahren. Oh Gott. Heute kommen Sie in der Länge, es geht um für eine Saison Dirk und Klaus. Wenn wir jetzt hier... Aber es sich über meinen coolen Gag mit der Nase aufgehen. Dirk, ein Fußballgatt. Dirk, ein Teufelsgall. Das ging damals anders, du hast die Kippentüte genommen. Ja, hab ich hier Kippen irgendwo, wir müssen jetzt eine Schachtel leer rauchen. Du musst dir den Humidor vor den Mund halten. Den was? Weiß ich Humidor, diese Holzschachtel, wo die Zigarren drin liegen? Ah, nee, weiß ich nicht. Ja, womöglich. Wie war es? Schon wie ein Bombeneinstieg. Ich weiß auch gut, wie die Energie stirbt nach einer Minute in der Folge. Aber wir haben immer eine unheimliche Energie am Anfang. So zehn Sekunden maximal. Und dann sind sie diesen toten Punkt. Eine Minute in die Folge. Und danach ist es auch wieder hier Highlife in Dosen. Letzte oder vorletzte Folge. Da habe ich letztens angefangen und dann war es wieder Herzlich Willkommen! Und dann Ruhe und dann... Hier geht's am Knie. Ja, geht. Ja. Darfst ja keine Scheu zeigen. Ja, ja. Und das war komplett wieder so, als ob du zwei Stunden lang irgendwie Philosophie heute im Nachtprogramm gesehen hast, die so einigermaßen noch wach sind. Zwei Radiomoderatoren, die haben wir von den Produzenten mitbekommen, dass sie mit ein bisschen mehr Energie moderieren müssen und fangen so an, sobald sie sehen, dass die Produzenten aus dem Nebenraum raus sind. Ja, gut. Willkommen hier um drei Uhr nachts zur Fernfahrerstunde auf der Wolke A7 im hauseigenen Radio. Aber ich finde das auch irgendwie entspannt. Also ich muss sagen, wenn du, du hast jetzt hört, leg das doch mal weg da! Meine Güte! Du musst ja nur nachschauen. Ja, ich will ja nachschauen, ob da mein beruflicher Termin nachher funktioniert. Wir sind in der gleichen Aufnahmesession wie letzte Stunde gehört. Das stimmt doch gar nicht. Wie letzte Stunde. Was soll das heißen für die Zuhörer? Letzte Stunde gab es nicht. Für uns ist das auch die 47. Stunde. Das ist Punkt Null gerade. Wie in der letzten Stunde. Ja. Ach scheiße, ich ziehe ein Blick mit einem sehr dollen Kabel. So. Ja, wie war deine letzte Woche? Erzähl mal. Das ist jetzt die Frage? Ja. Meine letzte Woche, ähm, ja, letzte Woche war ja Black Friday und heute ist gerade Cyber Monday. Willst du nicht mehr erzählen, wie unsere Show funktioniert? Erzähl es doch immer. Nee, es wurde doch jetzt schon häufiger kritisiert, dass ich immer erzähle, wie die Show funktioniert. Nee. Damit, wenn wir durch Zufall einen Zuhörer haben, der nicht sofort eine Einführung bekommt, wie die Show funktioniert, sondern der hier schön schmerzhaft, wie die anderen beiden Zuhörer auch, herausfinden kann, wie die Show funktioniert. Ja. Über den hörbar gewordenen Jakobsweg. So. Dann seid ihr alle bald in Santiago. Wie war denn deine letzte Woche? Ja, die war wunderschön. Was hast du denn gekauft am Black Friday oder heute am Cyber Monday schon zugeschlagen beim Angebot? Ich habe ja ein ziemlich großes Auge auf einen der unnützen Staubroboter geworfen. Die finde ich ja ganz geil. Also nicht Staubsaugerroboter, sondern Staubroboter, der Staub bei dir in der Wohnung verteilt. Gut, finde ich auch ein bisschen unnütz, aber jeder wie er mag. Oh nein, ich muss pinkeln. Staubsaugerroboter. Fällt dir jetzt ein, nachdem wir eben eine Pause hatten? Wir hatten gar keine Pause. Ich meine, eine Woche Pause hatten. Du hast in der Woche nicht gepinkelt. Ich habe in der Woche nicht gepinkelt. Im Schnitt fasst du halt irgendwie, glaube ich, eine männliche Blase 0,8 Liter. Ich glaube, meine 18,0 Liter. Obwohl, meinst du, man pinkelt 18 Liter in der Woche? Nee, mehr. 18, mehr. Können wir über was anderes reden, merke ich gerade. Wasserfälle. Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde da sein Saskia-Dings und gurgelt sich ein. Was macht er denn jetzt? Oh, nicht in deine Tasse reinspinkeln. Ihh, Ihh, du bist ein Typ, der Tee trinkt, indem er den Beutel dabei drin hängen lässt? Ich trinke doch den Tee aus, bevor der Beutel durchgezogen ist. Ist das eklig. Du trinkst halt auch Kaffee durch den Filter noch. Ich habe es gerade reingegossen und dann lecke ich es wieder. Ja, super. Herzlich willkommen in unserer Massage-Oase auf der Wolke A7. Ich mag das, dieses Geräusch, wie man Sachen langsam plätschernd eingießt in eine Porzellantasse. Ihr Fernfahrer da draußen, eure Knötchen kriegen wir alle raus. Ah, Wasser. Schön hydriert bleiben. Tut das weh? Das muss es am Anfang. Schön hydriert bleiben. Das kriegen wir alles raus. Ja, was ist denn jetzt hier Sache? Ja, wie, was ist denn jetzt hier Sache? Entspann dich mal, Klops. Sonst regt er sich immer auf, dass wir die Anfänge verpennen und regen halt immer über Allgemeingut und jetzt will er sofort irgendwie... Du kriegst die Zeit ja nicht schneller rum, indem du halt hier so einen hektischen machst. Das ist für uns alle die 47. Stunde. Ja, ja. Was hältst du davon, so einen schönen Staubsager-Roboter? Das geht ja bei mir nicht, weil der nicht über die Türschwellen kommt. Ach, scheiße ist bei mir auch. Du kannst dir halt extra für Staubsager-Roboter zu kaufen. Ich mach da meine Wohnung nicht behindertengerecht für einen Staubsager-Roboter. 15-Grad-Ding. Oder du nimmst diese bescheuerten Türdinger da raus, die Schwellen. Türen, ja. Nee, du hast doch unten halt einfach dein Funktionstool. Da sägst du dann halt einfach diese zwei Zentimeter runter und dann fragst du Kollegen, ob sie dir einen Kuhfuß leihen und dann hebst du ihn raus. Kann auch den Rest des Bodens erhöhen um zwei Zentimeter. Das wird dem Besitzer jetzt vollkommen scheißegal sein. Wenn die Räumlichkeiten ungefähr noch die gleiche Quadratmeterzahl wie jetzt haben, zum Schluss beim Auszug oder wenn sie dich vom Teppich schaben, dann ist doch alles okay. Ja, es ist ja auch... Nee, prinzipiell finde ich es gut, Staubsager-Roboter. Also kann man nichts gegen sagen. Ja, ja, nichts gegen sagen. Also du saugst natürlich schneller als so ein Otto mit seinem Chaos-Prinzip. Ja, aber der macht ja nicht wie ich, sucht sich einen Termin zum Staubsaugen, sondern der staubt dann halt nach, staubsaugt nach seinem eigenen Terminplan. Kannst du ihn ja viel öfter einstellen. Also die Sache. Ja, das stimmt. Quantität über... Aber ja, warum sind die meisten so konzipiert, dass sie eigentlich nur dieses Chaos-Prinzip fahren oder die Ecken abfahren? Manche dann halt noch on-spot, bla, bla, bla. Oder ganz bizarr habe ich halt auch gesehen, aus der Mitte heraus, im Kreis, immer größer werdend. Wie so eine Spirale fahren. Warum sind die nicht einfach nur so konzipiert, dass sie jetzt sagen, okay, ich fange einmal an, so um Ecken lang zu fahren und dann halt immer vor und zurück. Also so wie ich Staubsaug. Dass man sagt, vor und zurück, schön langsam die Linien abfahren. Klar, er kennt da auf Anhieb nicht den Raum und denkt, okay, wenn ich jetzt hier zweimal irgendwo rumgefahren bin, dann ist das wohl eine Wand. Und obwohl das da halt ein Mülleimer war. Und dann hat er wahrscheinlich ein ganz anderes Bild im Kopf als man selbst. Aber ja, weiß ich. Zum Beispiel das Prinzip, wenn du ihn irgendwo reinpackst und machst die Tür zu, dass er doch, wenn er alle Edges abfährt, dass er dann irgendwann selber merkt, okay, diese Fahrt ähnelt jetzt die Fahrt vor 20 Minuten. Das heißt, ich bin wohl einmal im Kreis gefahren. Das heißt, ich weiß ungefähr, wie der Raum aussieht. Und jetzt könnte ich systematisch auf- und abfahren. Gut, dann müsste es voraussetzen, dass in der Mitte nichts mehr steht. So wie bei dir dann halt Tisch und Sofa und so ein Zeug. Aber generell finde ich es immer so faszinierend, wie die Panik, Wahnsinns-Panikattacken, wie heißt das immer, Chaos-Prinzip-mäßig da durchfahren. Und dass sich das dann mathematisch halt irgendwie dennoch wieder aufgeht. Dass man sagt von wegen, ja, irgendwann. Und dann siehst du halt, wie er 17 Mal in Diagonale da rumgefahren ist. Da, da, bitte, da. Oder das Geile auch, dass die an Hindernisse, die die meisten Dinger ja mittlerweile, die Sensoriker haben, dass sie sagen, okay, jetzt werde ich langsig und dreh um, fahre nicht gegen. Aber das gleiche Ding, ein anderes Hindernis, bam, fährt es immer voll rauf. Und dann ist es nicht von wegen, ja, das war ein Stuhlbein, das konzentriert von der Hälfte erkennen, sondern voll gegen die Wand gemöllert. Und ich weiß nicht, warum. Vielleicht brauchen die einfach Schnurrhaare. Ich mich aufrege über die Dinge. So rundherum Schnurrhaare. Die haben ja quasi schon ihre Borstis da vorne dran hängen. Okay, dann weiß ich auch nicht. Kann ich dem auch nicht mehr helfen. Staubsaugerdrohne würde ich ja vorschlagen. Die nicht über Boden fährt, sondern ein bisschen durch die Wohnung schwebt. Ja, so ein bisschen wie mein Raumluftfilter, wo dann steht von wegen, er setzt kein Staubsauger. Aber ich denke, äh? Challenge accepted. Den werde ich mal schön mir zwei davon kaufen und unter meinen Schuhen klöppeln. Und dann gehe ich da mit den Verlängungsleitungen technisch durch den Raum. Ja. Werde ich mal sehen hier, wer da nicht saugt. Akkustaubsauger, der neueste Schrei. So. Das Geile ist ja, dass teure Staubsaugerroboter gerne verkauft werden, zusammen mit teuren, normalen Staubsauger, handgeführten Staubsauger. Wo du denkst, ist das da nicht schon die Antwort, dass das Produkt nicht funktioniert? Kaufen Sie den Roomba D7, aber kaufen Sie bitte auch noch unseren Staubsauger, weil der Roomba, der geht echt nicht. Also wenn Sie richtig sauber machen wollen, dann nehmen Sie den Staubsauger. Ansonsten haben Sie einen Roomba für Touristen oder was. Das verstehe ich immer nicht. Der Roomba ist für die Katzen. Da können Sie sich draufsetzen und eine geführte Wohnungstour machen. Alter, wie viele, ich gucke mir dann am liebsten immer die Produktinformationen von, äh, Quatsch, die Fotos an von irgendwelchen Usern bei Amazon. Ja. Wie viel da ihre Katze draufsetzen. Das zeigt ja nicht von wegen gute Qualität oder hält auch aus, damit die Video, denk ich mal so, ah, kommt super an. Wie kommt super an? Hat die Katze jetzt eine Foto hochgegeben dafür oder was? Und dann sieht die Katze nicht glücklich aus, wenn sie auf dem Roomba sitzt. Aber faszinierenderweise bleibt sie drauf sitzen. Also manchmal. Oder dieses geile Video, was du mir gezeigt hast, wenn eine Katze so eine andere ankackt, Roomba kommt von hinten und nimmt ein Hinterfoto drauf. Jetzt nicht. Ja, die schön den Roomba wegdrehen. Aber schon weiß ich, es funktioniert. Das hier geht dich nichts an. Genau. Okay. Sorry, Chef, ich hab nichts gesehen. Und ich finde, die einzigen optisch, die so ein bisschen verstehen, dass man da was draus machen kann, auch andere ansprechen, die nicht einfach sagen, von wie sie so einen stylischen, runden Klöppel haben, sind Dirt Devil. Die haben nämlich unter anderem den Spider 2 und sonst was erfunden. Das Ding ist wirklich schwarz-rot wie Spider-Man und hat dann halt auch, die Borsten sind halt auch schwarz-rot und das sieht dann halt auch ein bisschen irgendwie lustiger aus, als halt diese klassischen, großen, runden Pizza-Teller-Dinger, die entweder schwarz sind oder weiß und dann halt einfach nur so durch den Raum pimmeln. Das kannst du auch speziell für Männer designen, mit so ein bisschen Sound designen, dass er einfach klingt, wie so ein Hot-Rot-Motor. Na, sowas hab ich halt gedacht. Also ich glaube, bei Dirt Devil haben die halt echt gedacht, wir wollen auch mal andere ansprechen und so holt dann sich Paschulke ein für seine Lagerhalle oder so. Da hab ich halt auch gedacht, wenn du halt echt so eine überschaubare Größe von Lagerstädten hast, die aber echt vom Boden her sauber ist und dann halt auch bleiben soll. Ja. Und da könntest du doch permanent ein Roomba durchhaken. Aber halt in der Größe von so, wie heißen denn diese Dinger, die auf so Eishockey-Bahnen das Eis abfahren. Ah, okay. Diese Glättmaschinen da. Sama, die heißen auch irgendwie so irgendwie Suma. Samuel 14. Ja, genau. Samuel 14. So ein Samuel 14. Das ist halt so ein Traktor großer Staubsauger. Ja. Einfach mit so einem E-Motor von so einem ehemaligen, von so einem gescheiterten BMW-E-Mobilitätsprojekt fährt. Du hast da bestimmt auch mitgekriegt, zwischendurch hatte Tröber halt auch so ein Roomba bei sich fahren. Das habe ich nicht mitgekriegt. Weil die hatten das und da habe ich gedacht, ja, super. Also weil das ist alles eben, ehrlich, passt alles. Und dann habe ich gedacht, warum haben die damit aufgehört? Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht... Der war voll. Musstest du wegwerfen. Ja, ist wie ein Schlüpper, ne? Vielleicht ist das so, dass das halt auch die Macke hatte, dass es halt manchmal sensorisch gesehen die Vendee erkannt hat und ruhiger wurde und manchmal halt nicht. Und dann haben die halt einfach nur so eine Holzschiebetür oder normale Türen und wenn du gerade eine Aufnahme hast, dann tonk, tonk. Denkst du, was? Und dann ist der Roomba wieder, dass du sagst, okay, das funktioniert nicht. Dann hätte man auch sagen können, okay, Entschuldigung, das Ding, wir sind hier bis 18, 19 Uhr, dann ist ein Timer von 19 Uhr bis 0 Uhr fährt das Ding. Wäre auch kein Problem. Aber dann ist wahrscheinlich die Reinigungsform, wir wünschen ja hier, ich habe keine Ahnung. Zur Weihnachtszeit auch einfach einen Weihnachtsbaum oben raufstellen, so einen billigen Plastikweihnachtsbaum. Aber so einen fahrenden Weihnachtsbaum in der Wohnung. Ein Traum wird wahr. Ja, soll ich dir mal eine Frage stellen? Warum nicht? Wer weiß, worum es in diesem Podcast geht? Vielleicht sind es ja Fragen, die jede Woche einer von uns mitbringt. Hast du nicht eben gesagt, du willst das nicht mehr erklären, jetzt fängt es den Scheiß wieder an? Ist doch wichtig für neue Zuhörer. Aber dann sagt er nicht, dass die neuen Zuhörer da durch müssen, um dann nach 10 Minuten zu sagen, ist doch wichtig oder nicht. Ich schneide es nachher aus. schneide bloß alles raus. Der Trinkenschluck. Erzähl doch nicht alles. Ich will klar erklären, was ich mache. Was macht denn deine linke Hand gerade? Meine linke Hand geht gerade mit dem Daumen durchs Daumenloch. Von was denn? Meines Sweaters. Ah ja, und ist das schön für deine linke Hand? Ich mag das ganz gerne. Es ist ein bisschen schluckig. Merkst du, dass es total schwierig ist, wenn du sowas erzählst? Bisschen wie ein Closchart. Ich habe eine Frage mitgebracht. Und zwar, du bist ja so ein ganz großer Hörer. Du hörst ja unheimlich viel und hör mich gerne und so. Manchmal höre ich mehr, als mir lieb ist, jetzt zum Beispiel. Ja, trinken wir aus deiner Elf-Freunde-Onaniert-Tasse. Die hat einen Sprung inzwischen. Egal. Wie der Besitzer. Nice. Jetzt sägen sie die Reste von der zerbrochenen Wand ab, die sie letzte Woche eingerissen haben. Welche Hörspiele haben dich im Laufe deines Lebens so begleitet? Ich habe ungern Hörspiele gehört. Dann sind wir ja vorher richtig. Ich habe hier einen einstündigen Monolog vorbereitet. Teil 1 meines Referats. Eine Einführung in die Geschichte des Hörspiels. Das Hörspiel oder Spiel des Hörens, wie man es auch in manchen Teilen nennt. Aber ich war da als Kind, da wurde man noch mit Dingern gefüttert, die man vielleicht gar nicht wollte, aber sie hatte. Fanta zum Beispiel. Ja, oder Chakata. Ja, Benjamin Blümchen habe ich gehört als Kind. So, jetzt reden wir eine Sprache. Das finde ich ganz interessant. Benjamin Blümchen gibt es seit 1977. Wusstest du ja auch. Das Interessante. Es wird ja auch mal die Jahreszahl angesagt. Kennst du noch das alte Lied? Auf einer großen grünen Wiese sitzt ein großer grauer Berg. Neben ihm da sitzt das Zeig mir nichts. Auf einer großen grünen Wiese sitzt ein großer grauer Berg. Neben ihm ein kleiner Zwerg. Zwerg? Keine Ahnung. Nein, der Zwerg, das ist ja Otto und der Berg ein Elefant um ihn herum. Das schwirren Bienchen ist im ganzen Land bekannt. Danke, das war die Benjamin Blümchen Tickelmelodie Version, falls euer Kassettenspieler nicht funktioniert. Oh Mann. Oder auf einer hügeligen Strecke unterwegs ist. Mit der CD. wie wird das? Ist es ein Andromorfer Elefant? Anthropomorph. Anthropomorph. Ja. Ein menschenähnlicher heißt das, ne? Ja. Ja, und dann gibt es den, also ich kenne eigentlich nur die anfänglichen Folgen, wo Edgar Ott dann noch irgendwie, jetzt ist es Jürgen Kluckert, den kenne ich leider nicht. Dann hat er seinen Freund Otto, dann noch den, was ist das, das ist der Zoodirektor, Theodor Thierlieb, Karl ist glaube ich ein Pfleger, Carla Kolumna, die Reporterin und dann Bürgermeister Bruno Fleck und Palle Pichler. Also die ganzen Alliterationsleute. Gundula Gaukelei ist wieder bei, ne stimmt, das ist DuckTales. Was wollte ich denn? Wo steht denn das nochmal? Ja, was ich ganz, was ich ganz interessant fand, ich glaube, das habe ich dir auch mal schon mal erzählt, möchte ich mal kurz vorlesen. Also es gab dann halt, ein Politwissenschaftler, der das Ganze mal ein bisschen analytisch aufgedröselt hat und der meint unter anderem seiner Ansicht nach, wollen sie wohl explizit politische Inhalte vermitteln, dabei fördern sie die Entwicklung politischer mündiger Bürger, aber nicht, sondern behindern sie eher. Der Bürgermeister ist eher inkompetent, egoistisch und insgeheim eine lächerliche Figur. Die Polizisten treten militärisch auf als ebenfalls inkompetente und lächerliche Handlanger des Bürgermeisters. Die Hörspielfiguren und die Reporter, die Reporterin Carla Kolumna stehen hingegen stets für das Gute, dem Grundmuster nach. Also klassische FDP-Werte. Ja. Der libertäre Bürger ist immer im Recht und der Staat verschwendet einfach nur sein Geld. Dem Grundmuster nach beschließt der Bürgermeister etwas, das ihn persönlich oder seine Freunde auf Kosten der Allgemeinheit bevorteilt. Die Hörspielfiguren und die Reporterin klären die Bürger auf, sodass der Bürgermeister das Richtige als eigene Idee vorstellt und realisiert. Das hat er ganz zusammengefasst als linksorientiertes Hörspiel. Aber ich kann mich daran erinnern, da gab es halt irgendwie, Benjamin Blümchen war halt irgendwie auf dem Baum und zwar, da war das ein Baum in einer... Moment mal, ganz kurz. Wie kommt der Elefant auf den Baum und wie hält der Baum den Elefanten? Ja, das war ein ganz alter Baum. Die alten Bäume sind alle stark und... Auf alten Bäumen lernt man segeln. Aua. Und irgendwie ist er da spazieren gegangen und dann haben irgendwelche Leute demonstriert, da haben wir erzählt, dass die Stadt natürlich dort eine Schnellstraße bauen möchte und der Baum muss weg. Da war dann gerade halt irgendwie so ein Typ vom städtischen... Schnellstraßenamt? Ja, ich hätte jetzt Grünflächenamt gesagt, die da halt den Baum wegsägen wollten und Benjamin meinte, das ist ja unerhört, das kann ja wohl nicht sein, überall die Autos, die verpesten die ganze Luft, ich kletter hier auf den Baum, ist auf den Baum draufgeklettert, da wollte nicht runter. Das kann ja nicht wahr sein und dann kam halt die Polizei und meinte von wegen, ja, du kommst hier gleich mal runter, ja, ihr denkt immer nur an Schießen und dann sind alle tot und du denkst, wow, wow, Benjamin. Das ist klassisch, klassisch deutsche Polizei auch, die erst schießt und dann Fragen stellt mit, wie viele Kugeln werden im Jahr verschossen in Deutschland? 60 oder so? Oh, da liegt mir die neueste Statistik gar nicht vor, mein Kollege. Das sind aber gar nicht so viele. Ja, in diesem Bereich. Pass auf, ich gucke das mal ganz kurz nach. Red mal weiter. Wieso denn? Naja, das ist doch jetzt nicht relevant, wie viele ich, Kugeln, Polizei, Kugeln, Polizei, wie teuer, wo gelandet. Deutschland, Schusswaffengebrauch, 2017. Ja, ja, Waffen. Auf welt.de ist genauso der gleichen politischen Einstellung. Was ich eigentlich sagen wollte, wie die Einstellung Benjamins gegenüber halt dann so dem, der Exekutive war, was man halt dann als Kind natürlich nicht so richtig geschnallt hat, was aber schon krass, finde ich, krass politisch ist. Ja, aber ich meine, als Kind geht sowas ja häufiger an einem vorbei, in welche politischen Richtungen. Aber ich glaube im Nachhinein auch nicht, dass meine Eltern halt sich dessen bewusst waren, sondern dachten von wegen, das ist ein ganz freundliches Hörspiel. Ja, naja, ich meine, du bist ja auch dann so, ja, das ist halt ein Elefant. Das ist ja auch ganz lustig abenteuermäßig und so, ja. Aber das hast du doch auch gehört als Kind, oder nicht? Ja, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg tatsächlich. Ja, Bibi Blocksberg, sehr gut. Nächster Punkt, komme ich nämlich auch schon drauf. So, im vergangenen Jahr haben deutsche, Polizisten haben im vergangenen Jahr bei Einsätzen 14 Menschen erschossen, also 2017 geht das, und 39 Menschen verletzt, insgesamt. Laut Statistik schossen Polizisten im vergangenen Jahr insgesamt 75 Mal auf Menschen. Wie viel passt in so ein, weiß ich jetzt, eine Glock oder eine Astra oder was die da jetzt drauf haben? Es müsste eine Walter P8 sein. Was passt da rein? 15 Schuss, glaube ich. 50 schon, wie viel waren es? 70 Mal? 75. 75 Mal. Also 5 leergeschossene Magazine. Der Kollege ist jetzt aber auch gefeuert. Bei 3. Na gut, er hat ja auch alleine 14 Leute erschossen und 39 weitere verletzt. Ich kann das erklären. Moment mal, 14 erschossen, 39 verletzt, das ist doch viel weniger als 75. Wo haben Sie denn hingezielt? Kollege Pimmelmeier. Ja, Blocksberg kam drei Jahre später auf die Welt, 1980. Was ich faszinierend finde, ist die Sprecherin, die, glaube ich, die ersten drei... Oh, warte, die hat einen englischen Namen, ne? Ne, das war die Autorin. Vergiss es. Ja. Die Autorin? Ja, die Autorin. Das kommt irgendwie aus England oder so? Von Bibi Blocksberg? Kann das sein? Kinderspieler des Lebens Kidniks, die 1980 von Alfie Donnelly ins Leben gerufen wurde. Hauptfigur ist das Mädchen Bibi Blocksberg, das eine Hexe ist. Am Anfang hieß es auch nicht, wie Bibi Blocksberg... Anstatt sie einfach auf dem Scheiterhaufen anzuzünden, wie man das mit Hexen machen sollte. Außer, wenn sie so ein Gewicht hat von einer Ente und was... Oder wie war das? Sie stirbt einen guten christlichen Tod. Wenn man sie ins Wasser wirft an einem Stein. Die ersten Hörspiele, also die ersten Folgen hießen übrigens nicht Bibi Blocksberg, sondern Ene Mene Hexerei. Das wurde dann eingestellt. Ja. Es gibt auch inzwischen ein Spin-Off, die Abenteuer von Kartoffelbrei. Er kennt sie noch. Er kennt sie noch, ja. Aber nicht vom Besen Kartoffelbrei, sondern von echtem Kartoffelbrei. Wusstest du, dass Bibi anfangs noch einen Bruder hatte? Nein. Boris. Und der ist, glaube ich, in der siebten Folge mit einer Schaufel erschlagen worden. Ja, sie haben halt irgendwie gemerkt, dass es nicht funktioniert. Also ein Bruder, der halt nicht Hexer ist. Es reicht schon, dass der Vater nicht Hexer ist. So, weil, ja. Ne, die Bibi... So lernt man. Chilling Adventures of Sabrina. Und Blocksberg ist natürlich angelehnt an Brocken und Walpurgisnacht. Ja. Da kommt er. Aber ja. Das Krasse ist... Hexensabbat halt. Ich habe es schon wieder verdüßelt, wo denn hier die Sprecherin ist. Genau, weil, was ich sagen wollte, seit 1980 ist es nämlich bis auf die ersten... Also ich glaube von... Ähm... Was ist denn? Sehr interessant. Bibi Blocksberg hat, also die Susanna Bonasevic, wenn ich das richtig ausspreche, hat Folge 1 und 2 gesprochen und seit Folge 6 bis heute spricht sie das. Das finde ich halt krass. Dass halt, ich bin damit groß geworden und wie viele kleine Pökser heutzutage das jetzt hören. Und das ist die, das ist dieselbe Stimme. Was ich ein bisschen schwierig finde, mittlerweile ist ja nicht nur Bibi Blocksberg, sondern Bibi und Tina heißt das Ding ja. Ja. Mittlerweile und da gibt es ja auch Filme und Hörspiel und was ich richtig eklig fand, was ich... Oh, war Deus und Sabrina. Wieso, wieso, wieso weißt du denn sowas bitte? Hä, was ist denn... Hat doch niemand was gesagt, Dirk. War es vielleicht Hexerei? Jetzt mal ehrlich, ich müsste mir irgendwas... Einmal eins ist Dirk. Das ist zum Beispiel komplett falsch. Moment mal. Es gibt Gesellschaftsspiele Bibi Blocksberg. Naja, auch da gibt es natürlich polit- und sozialwissenschaftliche Untersuchungen der Hörspiele. Da ist ein Autor, ist da von der Universität Passau der Ansicht, dass die oben genannten Hörspielreihe die Entwicklung politisch mundiger Bürger kaum fördert, wenn sie sich sogar behindert. Was? Hat der Autor von Bibi Blocksberg nicht Marilyn Monroe geheiratet? Das ist ein Scherz für unsere beleseneren Zuhörer. Ihr könnt ein Ad für Nüsseport auf Twitter schreiben, wenn ihr den verstanden habt. Was hast du denn noch gehört? Ghostbusters hatte ich als Hörspiel. Oh, cool. The real Ghostbusters, oder? The real Ghostbusters, ja. Weil ich hatte nämlich ich glaube, den zweiten Kinoteil hatte ich komplett... Also damals war es ja so von Karussell waren die meisten Dinger und da gab es dann halt einfach mal so Kinofilme als Hörspiel in dem dann halt Passagen original übernommen wurden und dann gab es halt einfach nur so ganz billig so ein Sprecher gesagt hat ja und jetzt fahren die vier Ghostbusters durch die Straßen von Manhattan und kommen an dem hiesigen Museum an. Folgendes passiert. Und dann die Szene 1 zu 1 einfach tontechnisch dann aus dem Kinofilm rausgenommen. Das war wahrscheinlich jemand, der den Film einmal so auf VHS neben sich laufen hatte und zum ersten Mal auch gesehen hat und einfach so ein bisschen mitkommentiert hat was gerade passiert. Ja, ja. Also ich habe gar nicht mehr so viele Folgen weiß ich, Bibi und der Dschungel oder sowas ganz geil war da war da war sie glaube ich noch da war sie mit ihrer Freundin Tina aber noch da waren noch nicht Tina und Sabrina oder was du erzählt hast und Pferde und so ein Scheiß sondern waren nur mit Tina alleine zu Hause Papa und Mama waren weg Boris gab es ja nicht mehr. Es ist nie ominös wenn der jüngere oder ältere Bruder verschwendet. Und dann haben sie halt auf dem Dachboden natürlich irgendwie so ein altes Hexenbuch gefunden und dann haben sich plötzlich in so vom Dachboden in einen Dschungel reingehext und in diesem Dschungel waren halt irgendwelche alten Wissenschaftler die halt seit Jahren in diesen Zauberdschungel waren und nicht raus kamen und das fand ich halt so bizarr also ich habe dann so auch gedacht naja es sind ja Kinderspiele und ich halt ging es dann auch darum das sind ja alte Männer die ja seit Jahren in einem Dschungel sind die haben halt auch Bedürfnisse jetzt sehen sie zum ersten Mal diese Teenager-Mädchen eine düstere Geschichte A7 Wolke A7 Hörspiel wie eklig auch er immer die Tasse dabei hält wo jeder weiß dass da kein Wasser oder Tier drin ist die Tasse ist schon ganz schön gut ich finde gut ich werde das jetzt beibehalten mit der Tasse ja es hat so ein bisschen den Charakter von so einem TV-Host wo du immer denkst da ist kein Wasser drin der hat gerade seinen Bourbon rein das ist halt eh immer wenn dann irgendwie Steven Cobain nur so nippt am Wasser und macht dann kurz denkst du klar obwohl der trinkt ja eigentlich öffentlich das ist ja mal ganz süß wenn der dann sagt von den Bourbon oh kein Problem zack zwei Gläser und dann hat er immer irgendwas unter Tresen hat er immer das wäre generell geil wenn eigentlich wenn sich sein Schreibtisch nach vorne hin als Bar öffnen würde also halt so im Stil so einer alten Hausbar da drin die Auswahl an Alkoholiker oder irgendwas zum rausfahren das sehen ja Zuschauer auch unheimlich gerne irgendwas mechanisch dann hast du so die drei wichtigsten die du brauchst was hast du denn noch so weil ich weiß ja du hörst ja jetzt auch gerne noch Hörspiele was hörst du denn jetzt noch so also ich wollte ich wollte das chronologisch durchkauen okay okay kurz mal kurz in Ordnung kennst du kennst du die Hörspielreihe beziehungsweise auch Kinderbuchreihe Pitche Puck was genau Kinderbuchreihe Pitche Puck die Abenteuer eines Eishockey Pucks namens Pitche wurde von einem niederländischen Autor Henry Arnoldus erfunden und geschrieben und zwar geht es um den einen Postboten namens Pitche Puck aber was geil ist wenn ich das kurz mal zu erwähnen darf der hat eine lustige Abenteuer immer Pitche Puck ist mit dem Bäcker des Dorfes der Windbeutel heißt gut befreundet und die beiden spielen sich oft gegenseitig streiche der meist schlecht gelaunte Schutzmann ist ein wieder schlecht gelaunter Schutzmann des Dorfes der den Namen Knurrhahn hat droht Pitche aufgrund seiner Streiche die Pitche auch an ihm verübt oder andere Delikte häufig mit Strafanzeigen das klingt wie die Parodie von einem von einem europäischen Hörspiel das Conan O'Brien vorträgt seine Drohungen macht er allerdings nie wahr und Pitche und Knurrhahn schließen immer wieder Freundschaft die meist aber nicht lange anhält Bürgermeister Herrschmann das ist doch ein Seitenhieb auf die deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg versteht ich mit Pitche Puck sehr gut es benütigt die Streitereien zwischen Knurrn und Pitche Puck zu schlichten weitere Nebencharakter sind der Metzger Fleischklos der Friseur Schafschnitt der Händler Blasi Sattelheld und der Kleinkriminelle Jakob Dauerklau das ist schon der hat einen jüdischen Vornamen ja hat ja auch so lange Finger oder auch der Arzt Pillendreher eine Frage bekommt man seinen Namen in diesem Dorf nach der Profession die man hat oder wirst du einfach in die Profession gedrückt die deinem Namen ähnelt tut mir leid Karl Kanalarbeiter ja obwohl Karl ist ja der Computer bei TKLG falls der TKLG noch was sagt ne ehrlich nicht ja ich weiß schon grob was ein TKKG ist aber was ein TKKG ist auf Anhieb hat er das drauf und sogar in der richtigen Tonlage ja ehrlich um Hunde zum Weinen zu bringen da bin ich nämlich gleich bei TKG dem zweiterfolgreichsten Hörspiel Deutschlands ein Fall für TKG bezeichnet eine von Rolf Kalmutschak oder unter dem Pseudonym Stefan Wolf schafft eine deutsche Jugendreihe ich wollte gerade sagen also Rolf Kalmutschak ist ja höchst verdächtig für TKKG Jugendbuchreihe natürlich so viel die darauf beruhende Gleichnahme Hörspielserie ja mit 14 Millionen verkauften Büchern gehört die Serie zu den erfolgreichsten Jugendbuchreihen die Zahl der verkauften Hörspielkassetten und CDs beträgt neun 33 Millionen knapp daneben ja aber also das das ist ja viel krasser weil das habe ich das habe ich glaube ich am meisten als Kind gehört ähm da sind so viele Klischees am Start das ist echt gruselig also ähm wie die halt dann auch mal so Selbstjustiz und so ein Zeug aber kurz mal das würde TKKG und der Fall von Freddy Krüger dem Kinderschänder wer kennt die Folge nicht also allein eine Figur hier Tim ja beziehungsweise Tarzan ist Anführer der TKKG Bande und heißt eigentlich Peter Timotheus Carsten in der Neubearbeitung der Bücher wird er Tim Carsten genannt er wohnt im Internat mit Klößchen in einem Zimmer das den Namen Adlernest trägt Tim ist Kampfsportler Adlernest ist schon ei 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 er trainiert am Anfang fast nur Judo ich hab früher zuerst Judo gemacht später aber vor allem Jiu Jitsu im Buch 54 Jiu Jitsu oder Jujutsu Jujutsu war das eine wichtige Unterscheidung im Buch 54 her der Schlangeninsel trainierte er Kung Fu anfangs trug er der Herr den Spitznamen Tarzan da Tarzan aber markenrechtlich geschützt ist und nur gegen Lizenzgebühr verwendet werden darf musste dieser Name für die Figur aufgegeben und mit Timotheus kurz Tim ein zweiter Vorname eingeführt werden die Namensänderung wird in der Geschichte die zweite Schmuggler die weiße Schmugglerjacht vollzogen innerhalb des TKKG Universums wird dieser Wechsel dadurch erklärt dass Peter diesen Namen ablegt nachdem er einen Tarzan Film gesehen hat und nicht mehr mit ihm verglichen werden will er erklärt dann aber von seinem er erfährt dann aber er erfährt dann aber von seinem zweiten Vornamen in neueren Folgen wird er von seinem Bandenmitglieder manchmal Häuptling genannt was zeigt dass er die anführende Rolle des TKKG-Clans ist cool ja aber was ich die ganzen Figuren ja gut Autorenfolgen oder was was interessant ist ist halt das würde ich bestimmt auch erfreuen bestimmt die TKKG-Geschichten vor allem die früheren Folgen verwenden häufig Klischees um Verbrecher deutlich zu kennzeichnen so sind diese oft an ihrem äußeren zu erkennen Narben besondere Körper und Gesichtsmärm wie rote Haare und viele Sommersprossen sind wir auch sofort verdächtig Leute mit roten Haaren und vielen Sommersprossen oder durch ihre Herkunft zum Beispiel Südländer oder Zigeuner Ja Ja aber Holla die Waldfeder die ganzen Bayern und Baden-Württemberger Soziale Gruppenzugehörigkeit wie Rocker Punks oder Obdachlose oder dem Beruf Wolf bedient sich hier Kritikern zufolge gesellschaftlicher und populärer Vorurteile und Stereotypen Gelegentlich werden auch beiläufige Personengruppen abwertend kommentiert So bezeichnet der Trainer Alvin Gutsche in Ufos in Bad Frankenstein Mitglieder seiner eigenen Judemannschaft als Kümmeltürken Ach Heike Passend dazu gerade ich wollte sagen heute aber letzte Woche heute vor einer Woche die Schlagzeile dass sie ein schönes Wehrmachtslied gesungen haben Ja Warte bei der Jugendveranstaltung einer Partei vom Nachwuchs einer Partei willst du raten von welcher Nee es war die Junge Union in Hessen Wow Aber kein Problem sie haben sich rausgeredet es war nur 50% Politik und 50% Party und wer singt auf Partys nicht gerne mal ein Wehrmachtslied So das hat der Großvater schon gemacht der Vater jetzt kannst der Sohn mal auch Wir ja auch spielen Mario Party und der Gewinner darf ein Wehrmachtslied anstimmen Ja das stimmt Einfach Oder die Mitspieler symbolisch voll schlonzen Ja Was muss das muss Besonders hervorstellend ist die oft abwertende Kommentierung sozialer schlechter gestellter Gruppen wie zum Beispiel der Obdachlosen durch TKGG selbst Andererseits treten TKGG von Anfang an auch für Mitglieder oder ganze Minderheiten ein Dabei werden positive Figuren wie Aria zum Beispiel ethnische Minderheiten vorgestellt die den Klischees anderer Folgen widersprechen Bei diesen Widersprüchen fällt vor allem das unstimmige Verhalten der TKG Freunde selbst auf die einerseits moralisierend auftreten jedoch andererseits durch ihr eigenes Vorurteilen und oft bemühtes der Zweck heiligt die Mittel vorgehen ihre selbstbestimmte Moral umgehen Besonders in den älteren Folgen greift Tim öfter zu präventiver Gewalt die nicht wie später in den jüngeren Folgen nur Notwehrcharakter hat Der Zeitgeist hat sich halt geändert Früher also heute darfst du dein Kind nur noch aus Notwehr schlagen aber damals hat auch Präventiv bevor es den Teller fallen lässt Ich habe letztens eine Folge gehört das war mieser Trick mit 107 ich habe keine Ahnung jedenfalls sind sie durch den Park gelaufen und dann hat Gabi natürlich weil die ist totaler Tier liebendes sonst was das wird sie auch die Pfote genannt die hat halt einen Cocker Spaniel der nur ein Auge hat und sowas und ist natürlich die Tochter von einem Kommissar Glockner der dann halt immer die ganzen heißen Fälle ranbringt und die Kinder machen das dann halt selber die sind irgendwie in den Folgen zwischen 12 und 18 oder so oder 12 und 17 und jedenfalls war da halt ein Typ der Tauben platt gehauen hat mit einer Stange oder sowas der konnte sich im Nachhinein ausweisen und zwar halt so dass der von der Stadt halt beauftragt war weil es zu viele Tauben gab also er hatte halt irgendwie rechtlich alle Mittel in der Hand ja und er hat das Gift im Baumarkt stehen lassen und sich gedacht ich hole eine Brechstange stattdessen genau oder wie ich glaube der hat die vergiftet und dann noch gekloppt oder was zur Sicherheit so und hat den Karton dabei jedenfalls schon ein bisschen makaber das erste was Tarzan gemacht hat oder Tim ist halt hin und hat den erstmal einen Arm ausgekugelt so erstmal so präventiv erstmal schön einen Arm auskugeln dann wurde halt alles geklärt und er hatte gesagt ich hab das Recht dazu und Tata meinte hau ab oder ich tritt dir noch ein Knie weg oder irgend sowas also er hat dir noch mehr Gewalt gedroht und beim Hören hab ich dann gedacht alter Finne das gibt's doch nicht also ich meine klar es ist eine harte Sache sowas aber man weiß ja es gibt zum Beispiel halt auch in Berlin gibt es Jäger die halt dafür sind da sind in manchen Stadtteilen halt Wildschweine bei zu schießen so und wenn der vorsteht du siehst da jemanden der irgendwie schießt und du rennst dann auf den Jäger zu und trittst in der Knie-Scheibe weg einfach weil du das nicht gut findest so da hab ich gedacht krass und das ist halt so so typisch da in den Dingern ja dann wird dann auch mal gern gesagt von wegen wenn die halt abends irgendwo einbrechen was auch ganz gerne gemacht wird weil die Verdacht haben dass jemand irgendwas falsches macht dass dann Gabi dann nicht mitkommen darf weil dann Tim sagt von wegen Mädchen wie du müssen um diese Zeit ins Bett so und zwar in Mainz genau und das Einzige was zu Gabi auch mal neben ihrer Tierliebhaftigkeit gesagt wird dass die halt dass die wunderschön aussieht doch nicht so schlimm wie ich dachte nee nee die ist halt einfach nur schön und sonst was und da ist es halt richtig hart aber das ist eigentlich auch wichtig weil sie eine Frau ist aber das krasse ist das habe ich als Kind halt nicht ja natürlich als Kind rauscht sowas an einem vorbei du bist halt nur so einfach langsam Gehirn gewaschen davon ja genau ein weiteres Beispiel ist die Rolle der Frau obwohl Wolf oft stärkere Frauenfiguren zeigt in die TKG-Freunde für eine Gleichberechtigung der Geschlechter eintreten wird Gabi bei gefährlichen Situationen oder bei Unternehmen zu später Stunde regelmäßig aus der Gruppe ausgegrenzt Tarzan Tim Mädchen in deinem Alter gehören um diese Uhrzeit ins Bett dabei gibt Wolf im Interview die Zahl der weiblichen Leser auf 60% an dann wissen sie ja wie sie sich verhalten haben danach ja ansonsten hätte ich gedacht vielleicht aus logistischen Gründen weil die Sprecherin noch einen anderen Job hatte dass sie sie immer so aus den Folgen rausschreiben mussten oh du die Fiona Albertay die spricht danach noch bei Bibi Blocksberg Amadeus die müssen wir irgendwie rausschreiben aus der Folge Amadeus hat ein Pferd ja meine Güte das ist jetzt nicht ausgeschlossen dass Amadeus spricht das sind Bibi und Tina von der Salem Saberhagen hat auch eine Stimme wer die schwarze Katze von Sabrina was ja ja dann vielleicht mal zum erfolgreichsten Hörspiel aller Zeiten warte das weiß ich das sind die Geschichten von Pornopeter erotische Abenteuer zum Hören für Kinder ich bin dicht dran oder ja das sind die drei Fragezeichen mit über 46 Millionen verkauften Thonträgern und über 100 Gold und Platinschallplatten erfolgreichste Hörspielproduktion der Welt der fucking Welt der fucking Welt das finde ich schon krass ja also es ist natürlich auch ein Ding was original aus Amerika kommt und da heißt es The Three Investigators und das haben sie dann glaube ich wann haben sie das eingestellt weiß ich in den 90ern glaube ich in Amerika eingestellt und hier wurde es einfach noch weiter gepimmelt 2005 gab es so einen krassen Drehbuchautorenstreit und dann durften sie halt die Bezeichnungen die drei Fragezeichen nicht mehr nutzen und da gab es dann halt glaube ich sieben oder acht Folgen da hieß es nur noch die drei genau aber die gleichen Stimmen und die gleichen Geschichten top informiert und seit 2008 durften es halt wir nutzen und seit 79 gibt es das in Deutschland warte ich habe ein paar Informationen dazu die ich so random weiß einer von denen ist die Synchronstimme von Johnny Depp unter anderem ist die Synchronstimme von John Cusack unter anderem und der der die Synchronstimme von ich möchte jetzt sagen Johnny Depp ist der hat in einen der Hasen gesprochen bei Robin Hood Hasen? die Hasen ach Comic Disney ja ja die in Disney ist Robin Hood einen der Hasen der bekannt ist glaube ich Oliver Rohrbeck ich glaube der müsste sein mit der Mütze siehst du aus wie Robin Hood Jens Wawrtschek und Andreas Fröhlich also Justus Jonas Andreas Fröhlich ist der von John Cusack glaube ich erster Detektiv Justus Jonas zweiter Detektiv Peter Schauer Archiven und Recherchen Bob Andrews die Karte die sie immer gerne raushauen die waren irgendwie ganz safe so von ihrer Art und Weise wie sie Sachen aufgespürt haben und dann also das war natürlich in den 70ern wir haben auch keine Frau im Team ist ja auch viel leichter zu arbeiten sie hatten immer diesen Papageien der total genervt hat in ihrem Headquarter auf dem Schrottplatz von der einen Tante der war wenn du dir vorstellst das ist halt auch immer so ein armer Synchronsprecher der die ganze Zeit nein die haben keinen Loop gehabt oder irgendjemand den immer wieder hey this is Clem Fandango can you hear me yeah I can hear you Clem Fandango Toast of London falls ihr es nicht kennt gebt einfach mal Toast of London bei YouTube ein leider sonst nicht auf Amazon Prime nicht auf Netflix das ist echt ärgerlich das ist eine gute Serie was ich lustig finde in der Schweiz gab es auch mal der Versuch drei Fragezeichen auf Schweizerdeutsch halt zu machen also eine eigene Version von 89 bis 92 erschienen acht Hörspiele im Schweizerdeutschen in Schweizerdeutscher Dialektfassung und im Titel drei Fragezeichen auf Kassette geil die auf Kassette und was gab es ich glaube es gab dann noch die drei Ausrufezeichen ja Ausrufezeichen ja aber ich muss ganz ehrlich sagen die habe ich nicht so oft gehört ich hatte nicht so viele Folgen ich hatte unter anderem nur der tanzende Teufel und der hat mir scheiße Angst gemacht also weil die haben ja halt auch immer das Geile ist immer die haben immer so was wie einen Drachen und eine Ratte eine Mumie irgendwas so und es gibt immer eine Figur ich bin halt leider nicht in diesem Universum drin und falls irgendwer zuhört gibt es ja Hardcore Freaks falls irgendwer zuhört ja die oder der sich damit auskennt da gab es immer eine Figur die total Schiss so ein Schiss Schisser Schisser war und da war es dann halt immer so dass erst mal das so angenommen wurde oh Gott das ist wirklich so und da gab es dann halt so einen tanzenden Teufel er tauchte halt irgendwie auf verkleidet der Teufel hatte Rasseln und sonst was und die ganze Zeit ah ah und tanzte halt so und das war halt von der Aufmachung vom Spiel halt im Hörspiel das war so gruselig ich fand das so schlimm also ich habe sind es dann echte Monster oder stellt sich immer raus das ist der Hausmeister mit einer Maske ja also der Scooby-Doo-Effekt ja genau Scooby-Doo ist das eigentlich 70er oder ist das ich hätte eher 60er gesagt ehrlich gesagt und dann noch dann schon ich meine auch aufgrund des Vans Vans naja ich meine die Mystery Machine und so wie sie gekleidet sind aber dich gefolgt ich hatte glaube ich nur ein oder zwei Folgen fünf Freunde sagt dir das was? im Original The Famous Five also die Versuche die versuchen immer so ein bisschen One-Up-Manship bei denen drei Fragezeichen TKKG sind dann vier und dann sagt man fünf Freunde und wenn wir denen jetzt versuchen folgen dann die sechs Schwestern so und fünf Freunde gehört zu den erfolgreichsten Kinderbuchreihen der Welt aber da fand ich halt das geil dass das einer der Freunde ist ein Hund ja echt wirklich das eine gewisse Zeit lang hat Udo Lindenberg das Intro gesungen ich hätte so gehofft dass er einer der Teenager-Freunde spielt ähm hey ich bin doch gerade in die Popotein gekommen sicher dass es Udo Lindenberg ist den du gerade im Kopf hast? ne eigentlich nicht es war nämlich wir sind die fünf Freunde Julian und Dick Anna und George und Timi der Hund wir sind die besten Freunde ja und jetzt macht's Frank Zander hallo ihr fünf Freunde dieser Song ist nur für euch aber da gab's halt auch ähm äh englische Kinderserien davon und die waren total gut also die fand ich echt total geil ne echte Serie also Animation oder ne echt live action ja echt und das coole ist zum Beispiel äh George eigentlich Jorginia Kiran ähm Tochter des Wissenschaftlers Quentin Kiran und seiner Frau Fanny ist zu Beginn der Buchsäle elf Jahre alt sie will lieber ein Junge sein Hasskleider und Puppen und wird äh und wird als abweisend frech und mürrisch im Grunde aber tapfer und treu beschrieben aber das finde ich als tomboyisch bitte? tomboyisch tomboyisch nennen Tomboy ja okay aber das finde ich halt äh total modern eigentlich wenn man überlegt wie so quasi Arya Stark wie alt das ist wie alt ist denn das wenn man überlegt wie alt das ist ich dachte ich hätte schon gesagt das ist 1902 1904 und 80 fünf Freunde mal fünf vier fünf Freunde erforschen die Schatzinsel ist okay das ist das Buch aber das ist von 53 oh baby oh baby love you love you love you yeah aber einer meiner Highlights ist Geisterjäger John Sinclair aber die 2000er Edition also das ist ja aus dem Bastai-Lübbe Universum kommen ja diese geilen Heftchen Bastai-Lübbe Cinematic Universe und die gibt es ja seit den 50ern auch den Scheiß und 2000 gab es ja dann diese Neuauflage dass halt die also dieser Autor Jason Dark also Kunstfigur was das Ganze dann auch nochmal rausgepimmelt hat und neu und das Geile ist dass die da halt irgendwie unheimlich viele deutsche Hollywood-Synchronstimmen verpflichten konnten unter anderem bei der Sonderedition der Pfähler sag bitte es ist eine eine von denen ist auf jeden Fall Bruce Willis ja wer ist der Markus Lehmann Manfred Lehmann ich habe auch versucht die Stimmen und dann kam ich eigentlich so schnell darauf und dann ich gedacht scheiße aber das ist halt irgendwie die Hauptstimme also der der John Sinclair ist am Anfang die Pierce Brosnan Stimme und später ist es die Harrison Ford Stimme und der Sprecher ist am Anfang die Nicolas Cage Stimme und zwischendurch war es die Harrison Ford Stimme der hat dann aber die Figur des John Sinclair übernommen und dann bei so Sondereditionen dann gibt es halt auch sowas dass halt die Stimme von Brad Pitt halt zwei Sätze so ein S.E.K.-Fregel ist von wegen ich habe hier einen Visier aber ich kann hier nicht und dann wurde halt umgebracht und dann denkst du das war doch gerade und das ist halt das Krasse da oder das halt wie heißt nochmal der deutsche Pumpe der in Amerika gegangen ist der eigentlich Bademeister war aus Möller Frank Möller Andreas Möller ja genau irgendwie irgendwas in Möller glaube ich ja und der Typ der spricht dann da halt auch eine Figur solche Sachen aber das das ist schon das ist schon echt cool I'm not entertained und bei der beim Fehler war es zum Beispiel dass das Berliner Sinfonieorchester komplett die Musik eingespielt hat und das war so aufwendig dass sie gesagt haben das ist schon dicht dran an so einem kleinen Fernsehfilm in Deutschland so also von den von den Kosten die die hatten dafür ja was die Kosten angeht das ist ein klassischer Fehler wie du stirbst das ist so schön zu sehen es tut mir leid dass ihr das nicht sehen könnt ich glaube du merkst du merkst schon daran wie ich die Betonung von dem Satz ansetze dass gleich irgendwas richtig Schmerzhaftes kommt naja ich merke dass du dir sitzt wie so ein pubertierendes Mädchen die ganze Zeit in deinen wilden Dossens Creek Haaren rumwühlst I don't wanna wait das ist ja auch schon bald so ein Bingo Ding bald ja aber du hast dann nur Bibi Blocksberg und Benjamin Blimpchen gehört und dann war es das und die Real Ghostbusters Episoden was hat so ein paar Zeichentrick Episoden da hatte ich nur die eine Folge die Weihnachtsfolge wo sie auch mit den drei Geistern der Weihnacht genau wo sie Scrooge nachgespielt haben weil sie durch die Zeit gereist sind weil sie irgendwie nachts vom Job nach Hause im Schneesturm und sie mussten die Rollen der Geister übernehmen weil sie die Geister gefangen haben genau und dann haben sie erst nicht geschaltet und dann haben halt für Scrooge quasi gearbeitet und dann haben die Geister eingeschnappt und dann sind sie zurück und dann war halt die ganze Welt verändert als wenn Scrooge quasi gewonnen hätte und dann mussten sie wieder durch diese Zeit Zeitloch da und das war die einzige Folge die ich auf Kassette hatte ah was ich ganz vergessen habe aber das ist jetzt eins ich hatte zum Beispiel die ALF ich hatte die die komplette ALF-Reihe auf Kassette und das war halt dann auch original äh die die deutsche ja aber die deutsche Synchro der Serien und dann wurde halt einfach nur wenn Handlung war wurde halt dann einfach wie ALF hat in diesem Moment nichts Besseres zu tun als die Lasagne ganz alleine zu essen Willi findet das nicht gut und dann ALF und dann einfach nur so das ist so geil und das hat vollkommen gereicht als Kind du brauchtest jetzt nicht irgendwie eine Neuauflage das ist ja irgendwas sondern du kanntest die Folgen schon alle aus dem Fernsehen und dann hast du das Original gehört das fand ich genauso wie die allererste Simpsons Staffel die hatte ich auch komplett auf Kassette die ich so oft gehört dass ich jetzt gruseligerweise die ersten Folgen habe ich mit Sprechen gerade gruselig ja Werner hatte ich auf Kassette hattest du auch Werner? mh mh dem Beinhart oder ne die Comics knieweich oder die Comics gesprochen das war die Frage ja Beinhart ist auch ein Comic ja meine Güte ist das ein Kinofilm oder die Comics? ne den Kinofilm Kinofilm ich hatte Ghostbusters habe ich euch schon erzählt ne ähm der kleine Vampir war auch eine sehr geile Hörspieler ich hatte so warum habe ich so das war so schön ein Hörspieler aber welche dich bestimmt auch noch total interessieren wird bist du dir sicher? mh ist Offenbarung 23 nice traue niemanden dieses Hörspiel was in Berlin spielt und um diesen Hacker Tron irgendwie sich dreht das ist ja so ein Kandidat für Philipp ne der hat ja damals diese da gab es ja verschiedene Varianten 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 von 23 ja diesen Kinofilm den mit August Diel das ist der deutsche ja aber mit Jim Carrey genau und da hat dann Philipp halt mir irgendwie erklärt wie seine sein Geburtsdatum mit ein paar Rechentricks auch auf 23 und alles oh Gott wenn du meine alle Zahlen addierst und dann 5 drauf addierst dann kommst du auf 23 und 5 ist 2 plus 3 und mit 5 Jahren war ich 5 mh jetzt jetzt haben wir den ich wollte gerade mal schauen es gibt nämlich was das ist fast wie ein Hörspiel als Podcast aber ich krieg's nicht ganz ich glaub ich hab's nicht gelöscht dann machen wir denn mal eine Hörspielfolge ja das hätten wir zu dieser Folge machen können mit ein bisschen mehr Vorbereitung nur so das ist echt aufwendig jedes kleine scheiß Geräusch S-Town ähm this American Life S-Town ähm das geht um ein echtes Verbrechen aber das ist in so Interviewform aufgenommen wo ein Redakteur die Leute interviewt in der Stadt und das ist wie ein Hörspiel aber das soll doch das ist doch der Anfang vom Podcast oder nicht das ist doch die allererste das war doch der Anfang vom Podcast war das so? hat mir mal ausgeerklärt ich dachte das war egal äh ja naja S-Town kann ich nur empfehlen äh ein bisschen schwierig mit den amerikanischen Dialekten ich dachte zuerst das wäre ein Hörspiel und die ganzen Schauspieler wären alle voll drüber bis mir jemand gesagt hat nee das ist jemand der mit dem Mikro da hingefahren ist ja das ist alles echt so passiert und das hat mir ausgeerklärt das waren die ersten das war Ursprung vom Podcast das sind weit gekommen jetzt full circle jetzt reden wir über Hörspiele und damit ist das Medium gestorben ich dachte du sagst doch irgendwas nee was soll ich denn jetzt noch sagen ja kann ja sein dass du irgendwas haben wir doch irgendwas ich habe mir fällt zu Hörspielen tatsächlich nichts ein ähm Gabriel Burns zum Beispiel das ist halt auch eine Reihe die würde dir gefallen juckt und burnt gehe ich sofort zum Arzt nämlich der Inhalt des Hörspiels ist die Geschichte des Taxifahrers Steven Burns aus Vancouver in Kanada da eines Tages von einem geheimnisvollen Fremden der sich selbst als Bakerman nennt dazu gebracht wird sie als Detektiv eines mysteriösen Falles einzunehmen bisher lässt sich erkennen dass die Suche nach Unsterblichkeit das zentrale Motiv der Serie ist daneben existieren noch weitere ungelöste Rätsel wie die Identität von Mr. Bakerman da muss ich gleich an Akte X und den Krebskandidaten denken oder das Verschwinden von Steven Burns Bruder Daniel von dem Beginn vor dem Beginn der Serie das heißt ja auch the only one who could ever teach me was the son of a Bakerman alle bisher alle bisher erschienenen Folgen aus der Serie sind inhaltlich zusammenhängend und bauen aufeinander auf und das was jetzt das habe ich auch die ganze Zeit gedacht totaler Schwachsinn wegen der düsteren Atmosphäre ist das Hörspiel für Kinder kaum geeignet und die Altersfreigabe ab zwölf wird von Fans oft als Running Gag bezeichnet nämlich in einer schönen Folge sind sie in irgendeiner komischen Arktis Station draußen im Dunkeln und gehen halt irgendwelche komischen Spalten großen Gletscherspalten hinterher weil dort halt immer bestimmte Männer sterben und man hört dann zu Jahreszeit dann halt immer Kinder weinen aber das Kinderwein sind halt keine Kinder sondern irgendwann so eine komischen Tentakel-ähnlichen Aliens die da die Männer herlocken die dann halt irgendwann mal mit einer Frau Kinder hatten die dann gestorben sind und die dann also ganz bizarr gruseliger Aufbau wo du denkst ach du Scheiße und dann hörst du halt nachts immer in der Ferne ganz viele Kinder schreien denkst du und dann so ab zwölf hörst du das dann abends aber es ist halt echt so komplex dass ich halt glaube ich bis Folge 5 von 80 oder sowas gekommen bin und immer denke Scheiße weil ich ja Hörspiele gerne zum Einschlafen höre das ist immer das Problem wenn du denkst was was ich hör es das nächste Mal was ach ich hör es nochmal und dann hängst du halt immer nur in dieser Endlosschleife der ersten 10 Minuten fest ja ja es gibt auch diese Dorian Hunter glaube ich das ist so eine so eine Geschichte von jemandem der Dorian Jagd oder Dorians Jagd es ist glaube ich dieser Dorian Hunter ist Dämonenjäger oder sowas ja aber ich fand irgendwas lustiges noch bei diesen ganzen John Sinclair Dingern du dich bestimmt weggeschmissen hättest wir werden das nie erfahren ich meine alleine ich hole das Exorzismus Kate was hat denn jetzt Nightrider damit zu tun ah das habe ich hier im April 2013 wurde mit der Ektion 2000 Folge 83 ein Leben unter Toten erstmal ein Hörspiel Crossover von John Sinclair zu einer anderen Hörspielreihe realisiert sag bitte dass es Bibi Blocksberg war die Folge 21 Herbst Wind der Hörspiel Serie Dorian Hunter ist inhaltlich mit der Sinclair Folge 83 identisch jedoch erzählen beide Folgen die Handlung aus der Sicht des jeweils andere ist das ein Knaller des weiteren gab es einige Hörspiele in denen der französische Parapsychologe Professor Zamora Edition 2000 Folge 12 der Hexer von Paris 13 gefangen in der Mikrowelt 65 das Vapirinselnest sowie die weiße Hexe Damona King Edition 2000 Folge 27 Asmodinas Todesengel mitwirken diese sind ebenfalls Bastai Romanheft Serienhelden und tauchen auch in den John Sinclair Geschichten der Serie Gespensterkrimi auf ist das nicht Knaller? Bastai Lübbe Cinematic Universe confirmed ein bisschen uneidisch dass sich das nicht packt ich bin total irritiert die ganze Zeit Abfolge 10 spricht Dietmar Wunder Dietmar Wunder? Den kennst du Ich glaube ich traue meinen Ohren nicht Dietmar Wunder Ja Der hat nämlich Adam Sandler gesprochen Cuba Gooding Junior und seit Casino Royale Daniel Craig und Sam Rockwell auch mal Uh Sam Rockwell Jetzt haben wir dich Jetzt haben wir mich Jetzt bin ich plötzlich Dietmar Wunder Fan Ja gut Aber es ist halt die Folge Was soll ich machen? Es ist die Folge Ja es ist die Folge Wir alle müssen mit den Folgen leben Hast du denn schon mal selber in einem Hörspiel irgendwie mitgewirkt? Nicht dass ich wüsste Ich war schon so viel Dummscheiß gemacht Kann ja auch sein dass das Gutes Ja das stimmt Das hätte tatsächlich sein können Aber Nein Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht mit König aber ich weiß nicht mehr Der Doppelgänger von Friedrich Dürrenmatt Da war ich der Doppelgänger von Friedrich Dürrenmatt Ich habe immer gedacht mal ein Hörspiel machen Schönes Hörspiel Richtig lustige Geschichte Wäre doch was Das könnte man jetzt auch sagen Aber wir haben ja schon gesagt was wir mit 50 machen Mit 100 Folge 100 dritten Hörspiel Jetzt packst du es in deinen Google Kalender rein Das ist auch ja nicht vergessen So Ja Hast du getippt? Ja Klang gerade wie Holz Ne das ist so der Tastatur Sound vom Tablet Ah cool Es ist Holz Echo Ja Du kannst verschiedene Tastaturen einstellen Ich habe Holz genommen Welche Figuren fandest du denn bei BB Blocksberg so toll damals? Die Frage könntest du auch stellen An welche Figuren kann ich mich noch erinnern? An welche Figuren kannst du dich denn noch erinnern? Gundula Gaukelei haben wir schon geklärt Das ist aus DuckTales Ja Du meinst das Carla Kolumna Klaus Kleber fand ich immer gut Wer ist denn Klaus Kleber? Der ist doch Nachrichtensprecher Ja Kommt der nicht auch aus BB Blocksberg? Klaus Kleber fand ich gut Gundula Gause Was redest du denn jetzt für den Käse? Käse fand ich gut Den Hexenkessel von BB Blocksberg Kartoffelbrei kanntest du Kartoffelbrei Bibi und Tina Das ist der Besen Bibi und Tina auf Jakob und Amadeus und Sabrina Vorher weißt du das? Aus der Werbung Für was Werben die denn? Pferdehaare Bibi und Tina Amadeus und Sabrina Du schaust doch gar keine Werbung Aber ich habe mal Werbung geschaut Das war ein eingängiges Lied Aber da gab es das doch noch gar nicht Klar gab es das schon Sicher Meine Güte Würdest du lieber Hörspiel sprechen oder Synchron sprechen? Hörspiel Auf jeden Fall Was lustiger ist man ist nicht in die Lippen eines anderen gebunden Ja Bei John Sinclair gab es nur einen Sprecher der zum Beispiel kein ausgebildeter Sprecher oder Schauspieler war und das war Tatonka und das war halt so ein Samurai-Dämon aber der hat auch nichts gesagt außer Nice Das hat er ohne Ausbildung hinbekommen Ja Aber am Anfang hat er sich ein bisschen überschrien meinte er Aber ich habe gedacht also es gibt halt etliche Outtakes aber die von John Sinclair finde ich schon am besten weil die haben dann erstmal übelst lange Sätze die meist inhaltlich total bescheuert sind und das dann halt total ernst sagen wenn du dann halt sagst von wegen Oh nein du hast den Würfel musst du auch als ernst nehmen Ist ja auch alles ernst Ich meine wenn du den Würfel des Unheils geöffnet hast und damit den Samurai-Dämonen aus Shanghai losgelassen hast Ja Dann ist Scheiße Dann ist Kacke und Dampf Dann ist Tatonka erstmal da und das heißt Wir fassen das sehr gut zusammen Kollege Ja Soll das an der Rezeption für die Spiegel Tatonka einmal in den dritten Stock Ja ich weiß Sie sind doch noch gar nicht dran Ja Ja Was wäre denn deine Hörspiel-Idee Meine Hörspiel-Idee Von Hörspiel-Produzenten Dass wir deren Alltag aufnehmen Wie spannend wäre denn der Sehr spannend Was würde denn so Ja können wir können wir den Take nochmal machen aber versuch mal diesmal ein bisschen mehr auf Dämon zu gehen in der Betonung Okay Danke Und du meinst wirklich dass der Produzent das sagt und nicht zum Beispiel die Regie Wie sie im Normalfall das eigentlich macht Der mischt sich mit ein Ah ja Der hat plötzlich Zeit Der ist auch finanziell Ja Der ist vom Porsche richtig Bonan Club früher nach Hause und dachte nee dann geh nochmal ins Studio Ja Und Stürmer hier Oliver Rohrberg Richtig Natürlich hört man die Mikros aus dem Studio an sich Wir haben einfach dann fünf Minuten Stille in denen die Aufnahme passiert und hören dann wieder die Anweisung Wieder einmal gab es eine fehlerlose Aufnahme bis den Produzenten ein kleines Detail auffiel Sag mal Sag mal kann es sein dass du einen etwas trockenen Mund hast Daraufhin tranken die Sprecher einen Schluck und die Aufnahme begann von Neuem So Stell ich mir das vor Spannend Ja Schon ein bisschen mitreißend Ja Und du Dirk Ja ich würde ja irgendwie auf jeden Fall abenteuerlich Also auch was im Produktionsstudio Fast Also es wäre aus der Sicht beziehungsweise es ist ein Hörspiel über einen Bauarbeiter der halt in einem Innenhof ein Berliner Altbaugebäudes eine Renovierung durchzieht und kriegt da halt sämtliche Mängel und den ganzen Fusch mit aber ist halt finanziell und halt auch firmenpolitisch dazu gezwungen die Fresse zu halten obwohl er jeden Tag mehr und mehr in größere Gefahr gerät weil er immer auf diese Baustelle muss Total Todesangst für so Aufzug so ein kleiner Lastenaufzug der ja dummerweise in der Mitte Innenhof aufgebaut ist und nicht zum Beispiel vorne wo man einfach locker alles so und das dann halt immer und der dann auch immer simuliert also der nimmt dann nebenbei halt auch noch Schauspielunterricht weil er so tun muss als ob er aus einem Nachbarland käme und der deutschen Sprache nicht mächtig ist obwohl er eigentlich gelernter Busfahrer aus Bad Lüdenscheid ist und macht die halt einfach nur und macht die halt einfach nur ein bisschen Geld so klassischer Kurort Bad Lüdenscheid ja das wäre so meine Hörspielreihe so und wir nennen technisch absolut schrecklich irgendwie schlecht abgemischt und einer steht mal viel zu weit weg vom Mikrofon oder so und dann zwischenzeitlich immer unterbrochen von so Produktionsnotizen wo halt die Regie und die Cast darüber reden über das Hörspiel so in dem Stil ansonsten das Hörspiel an sich ist halt absoluter Trash wer Garth Marenghi's Darkplace nicht kennt alle sechs Folgen sind auf YouTube irgendwie hochgeladen wo einfach so eine ganz große 80er Jahre Serie geht die leider nie gesendet wurde und dann aber in den frühen 2000ern ausgegraben okay unter anderem mit Richard Ayoade aus IT Crowd welcher von beiden ist das? der Dunkelhäutige und Matt Barry auch aus IT Crowd aus der zweiten Staffel ab der zweiten Staffel zumindest wer ist das? der Chef was kann ich hier heißen? Random Denim und Mr. Denim auf jeden Fall der dann stirbt? ne der andere der Sohn von ihm sein Sohn ah genau da taucht er ja auf ja genau ja der war ganz lustig der ist ja auch Toast of London ach stimmt ja der hat eine gute Art hättest du würdest du irgendwelche super natürlichen Elemente in dein Hörspiel einbringen dass zum Beispiel dein Produzent fliegen kann oder er kann durch Wände pinkeln oder sowas es wäre schon durch Wände pinkeln gut wer das denn immer das gleiche im Büro plötzlich nasse Wand also fürs Coal Mine In wäre es schon ganz praktisch ja ist natürlich so ein Klassiker so ein übernatürliches Hörspiel wo du dir die verrücktesten Sachen ausdenken kannst die du aber optisch nicht zeigen musst du brauchst halt immer gute Reaktionen also würdest du es tun wenn ja was hätte dann der Produzent oder hätte es gar nicht der Produzent nur um ihn herum wir machen jetzt ein Crossover aus unseren beiden Hörspielen der Produzent wohnt in dem Haus in dem gepfuscht wird ihm fällt ein Backstein auf den Kopf und seitdem kann er auf dem rechten Auge Dämonen sehen ok und er erkennt dass einer der Arbeit der Dämonen ist aber nur nur auf dem rechten Auge das heißt er muss das linke immer zu zu blinzeln und er und er tappt sich das am Anfang hat er es nicht mitgekriegt und weil die alle ein bisschen Staub und Dreck und bla ein bisschen eigen aussehen dass er den Dämon immer grüßt morgens und die Bauarbeiter irgendwann fragen was ist hier mit ihnen wir sind wenn sie uns grüßen wollen wir sind schon auf der oberen Ebene und heben sie mal einen Kopf sie gehen mal an uns vorbei und dann morgen bis er dann irgendwann mal merkt da hat er was im Dämonenauge ist in die Fliege reingeflogen und dann schließt er das Auge und nix verrückt das ist schon spannend das nenne ich dann der Mann der Dämonen auf dem rechten Auge sehen kann und er heißt Rectodämonauge Stefan Rectodämonauge ist ja auch Hörspielproduzent ja Dirk wir ernähren uns der 1 Stunde und 10 Marke was wo können uns denn die Freunde der schlechten Unterhaltung finden im Internet unter addfönüssupport auf Twitter echt vielleicht sogar auch bei YouTube auf dem Kanal Fönüsse mit Dirk und Klaus oder als Fönüsse mit Dirk und Klaus auf iTunes und Podcast Addict und Stitcher und Grindr da bist du Dirk 2000 nice und du bist Dirk 3000 was echt uncool ist das war schon ein guter Gag und der Name war noch frei ja und dann auch noch ein Foto von mir wahrscheinlich reingelegt aber ohne Bart noch als ich diese geilen Koteletten hatte ganz schön geil das war das war wie im Jahr 3000 Leben diese Koteletten dann diesen Soulpatch und eine Brille und dann am besten das wo ich noch diese Mitte Frise habe äh ja oder Fönüsse at gmail.com da könnt ihr uns auch mal also muss ich jede Woche merke ich schon echt immer so die ich wusste nicht dass ein Gmail Fach auch überlaufen kann mit Anhängen das heißt ja immer es wächst mit aber es hieß dann auch Wachstum hat Grenzen ja wir haben den eigenen Serverraum nur für euch ja Freunde wir sind dicht an Bitcoin Mining dran von Bitcoin vor allen Dingen gutes Thema der digitale teuerste asiatische Fisch der Bitcoin Oh Gott das könnten wir sofort als digitale Währung aufmachen den Bitcoin es gibt ihn in weiß und weiß-rot und der weiß-rote Bitcoin ist echt der teuerste Krypto-Kitties egal ihr schickt uns Bitcoins an irgendeine der vorgegebenen Adressen unsere Wallet ist da irgendwie mitregistriert können wir uns auch nicht jede Woche mit beschäftigen mit unseren Reichtümern ansonsten hören wir uns in einer Woche wieder wenn es wieder heißt Dirk und Klaus auf Abenteuerfahrt mit Furnüsse Tschüss, tschüss.